belebige taste drücken dann drücken wir mal und gleich kommt das logo dieses spiels hier als ladebalken bitte warten sie während wir sie mit dem ubisoft server verbinden ja dann verbindet mal sehr schön so ich könnte jetzt hier fortsetzen drücken werde ich nicht machen ich habe natürlich mal ganz kurz ausprobiert ob die ganze sache läuft mit den einstellungen und so weiter und kurz gucken nur kurz alles eingestellt dass es so für mich passt und würde sagen dann beginnen jetzt direkt hier mit einem neuen spiel da ja das ist klar bestätigen bereit ihnen einen gegner hinter ja gut ich glaube das bereitet ihnen ein gegner hinter einer niedrigen deckung probleme springen oder kleiden sie über die deckung dann schaltet den automatisch dabei aus alles klar werden wir es sicher irgendwann noch brauchen können denke ich mal was ein schöner ladebalken der ist so sehr schön und was habe ich noch gar nicht gemacht ich habe noch gar nicht begrüßt und was wir hier überhaupt machen also würde ich mal sagen tun wir das doch mal ein neues let's play willkommen wir spielen watch dogs let's play watch dogs ich habe voll die begrüßung vermasselt bin so heiß auf dieses spiel bin so ja was soll ich sagen bin begeistert das ist das überwachungskamera und wie ist das das ist das was ... und lieben, in einer Reihe von Daten. Ich komme einfach raus, plopke es aus dem Himmel, und es ist mir. Es ist uns. Bleiben wir. Wir haben ein schreckliches Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100,000 in 30 Sekunden. Gott lieb, die rich und famous. Wir sind die modern-dayen Magisten. Siphoning bank accounts out of thin air. Do you hear yourself? What was that? I don't know. I think someone else is hacking in. Let's take a peek. Let's not. Stick to the plan, Damien. Siphon the accounts and get out. Adventure, my boy. Have faith in your mentor. Something triggered that alarm. Let's find it. Shit. You're stealing the system. I'm almost there. I'm shutting down now. Don't you touch a thing. What the hell is that? We need to abort. We are not done. Help me. Damien, it's over. I'm disconnecting. I'm just kidding. I'm missing a lot. I'm missing a lot. I'm missing a lot. Beat it. Beat it. Treat it. Don't you? Don't you kill me. It'll let you kill me. Don't you kill me. Don't you kill me. MAURICE. Yeah? You're on. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Take him out. Hit the family if you need to. This guy's hacking days are done. Hit the family? Got a problem? Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. Ubisoft presents a Ubisoft Montreal production. Elf Monate später. Watchdogs. You gotta believe me, man. Who gave the order? Come on. Don't you. I don't know. You don't know. Hit the family? Not a problem. Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. What do you think, Maurice? Did you scare me? It was a job, man. I didn't know. It was on the other end of the call. Give me a name. They never gave me a name. Yeah, I'll tell you a name. Lena. Lena Pierce. I didn't know about any kids, all right? That wasn't supposed to happen. I want you to think very carefully. Think. Look, babe. Even if I knew a name, you couldn't get me talking. These guys. I heard stories, man. They're like nothing you've ever seen before. You've got to walk away from this, man. Sometimes you can't walk away from me. Please. Who gave the order? I spoke to them on the phone. They told me when to find you. That's all I know, man. That's all I know. Give me a name. I don't know. What is my name? They're going to kill me, Maurice. Um. Alles klar, oh weia. Moment. Also mit der Steuerung muss ich hier jetzt erst mal leben. Ich glaube, die könnte ruhig ein wenig schneller gehen hier. Also wenn ich mir das hier so betrachte. Okay, ich kann hier gar nicht in alle Richtungen gucken. Alles klar, dann wollen wir denn doch mal hier. Soll ich mal jetzt einen Fuß schießen? Ach, mit dem Fuß hat das gereicht, oder wie? Äh. Vielleicht hätte ich doch richtig drauf schießen sollen. Okay, ich habe mich zwar jetzt nicht erschossen, sondern erschlagen, aber egal. Gut, dann wollen wir doch doch mal... ...drücken und halten Sie Kuh zum Hacken. Verlassen Sie den Ungleitraum, sobald Sie bereit dazu sind. Okay, ich kann mich jetzt umgucken, wie ich gerne möchte und... Was haben wir denn hier noch? Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich damit anfangen kann, aber wir werden sehen. Was haben wir denn hier noch? Och. Was? Das muss ich erreichen? Nein, 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 nein. So weit bin ich noch nicht. Ach, gucken wir uns hier mal noch um, vielleicht liegt da noch mehr Zeich rum, was wir mitnehmen können. Sprinten geht auch. Ein paar Waschmaschinen haben wir hier. Und hier ist mir zu dunkel. Weil nicht, dass es hier allgemein zu dunkel ist. Ist doch blöd, was haben wir denn hier? Ach, kann ich den etwa auch hacken? Ach. Ist ja praktisch und... Alles klar. Kann ich dann also jederzeit so einen Automaten hacken? Das wäre ja nice. Geld braucht es hier scheinbar auch nicht. Wir können ja alles hacken. Wunderpreche ich. Ah, da muss ich jetzt hin. Okay. Bin auch dran vorbei. Oh, Maurice. No, was ist schützig, motherfucker? Shit. Wo hast du denn? Was? Er spricht mit mir. Ich lasse dich für zwei Minuten. Gib mir meine Sprecher. Ich losgege sie. Was? Du sagst, dass du ihn zerstörst. Ich sagte, dass du sie aufhörst, Geordi. Wo hast du denn? Ich hatte einen Anruf. Oh, und du kriegst was du von Maurice? Oh, du bist mir schuld. Das ist clean, das Messer ist. Stopp admiring deine Arbeit. Hey, das ist schön und alles, aber ich bin entschuldigt, Peirce. Ich meine, du hast verletzt, dass du das inter-Gang-Dramatisch verletzt hast. Ich mag nicht lossehens. Ich werde ihn aus hier raus. Nein, zu früh. Bottom of the 8th. Chicago ist vorhanden. Game ist almost vorbei. Wir sind aus dem Zeitpunkt. Nice shot. Komm schon, du bist nur ein wenig interessiert in meine Telefonnummern. Okay, gut, erzähl mir über deine Telefonnummern. Ich bin froh, dass du gefragt hast. Okay, wir haben ein paar sterben Personen, richtig? Wir haben 40.000 Menschen über uns. Wir brauchen eine Distraktion. Ich habe die Polizei. Du hast es? Oh, ja, die Wahrheit. Also, die Polizei kommen, und Maurice' kleine Band von Brüdern kommen. Und, pow, 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 pow. Geordi, erzähl mir, du bist schrecklich. Nein, nein, ich habe sie auch. Wir haben eine schreckliche Verletzung am Ende des Spiels. Wenn du und ich verschwinden. Sie werden die Plan des Spiels morgen. Also, die Polizei kommen. Gut. Die Polizei. Wenn ich diese Leute ausfüllen, du holst Maurice und holst ihn aus hier. Maurice? Ich sehe mich wie ein Fahrzeug. Er ist die Schreiber. Ich habe ihn noch nicht mit ihm. Hey. Dick. Chicago-Police! Wenn es jemand in hier gibt, identifizieren Sie sich! Oh! Nice! Nice! Mit C gehen wir dann von einer Deckung zur nächsten? Wir sollten vielleicht... ...hier lang. Oh! Das ist ne geile Steuerung! Muss ich schon mal sagen! Die Waldfee. Ja, das hat doch schon mal gut geklappt. Wollen wir diesen Punkt erreichen? Ne, ist hier oben. Komm, da können wir ein wenig schneller gehen. Ich denke mal, das funktioniert schön mit der Leertaste. Ja, Standard. Drücken Sie Y um den Profiler zu aktivieren. Was ist der Profiler? Der Profiler zeigt die Datenflusslinien von Objekten. Mit Telefonkameras können Sie unzugängliche Orte erreichen. Überwachungskamera. Fernzugriff aktiviert. Okay. Folgen Sie der Datenflusslinie bis zu Ihrer Quelle. Okay. Und Nü? Mhm. Alles klar. Da haben wir doch... ...noch mehr. Moment. Hier ist nichts. Ah, da ist die nächste Kamera. Her damit. Gut, da sehe ich eine Kamera, aber die habe ich eben, glaube ich, schon. Wir nutzen... Nehmen wir doch lieber mal die hier. Ach, guck mal da. Das ist jetzt hier keine Kamera mehr, aber da haben wir jetzt hier so ein... ...Gerätchen. Jetzt wollen wir doch mal... ...entregeln... ...entreißen die obere Etage. Okay, dann wollen wir da mal rausgehen aus dem Teil. Die Tür ist geöffnet... ...und... ...kann ich eigentlich auch langsam gehen? Er bewegt nicht, falls ich ihm einen Grund geben. Drücken Sie in der Nähe von Herstellungskomponenten... ...E, um sie aufzuheben. Nehmen wir mit. Okay, benutzen Sie... Ach so, ich muss hier bewegen. Okay. Und... ...Heißt, ich gehe gedrückt, um einen Wurf vorzubereiten. Okay. Da ist ein X zu sehen. Muss ich da irgendwie... ...eine bestimmte... Ach so, in das angezeigte Zielgebiet. Hier hin. Okay. ...Halten Sie die Kuh, um den geworfenen Köder zu hacken. Okay. Take the bait. Okay. Was? Hast du die Behandlung wegen... ...Bluthochdrucks, oder wie war das? Hm. Ich gehe mal lieber hier hin. Was bringt mir diese... ...Bluthochdruck? Was bringt mir... ...diese... ...informationen? Kann ich da irgendwas... ...irgendwas... ...irgendwas machen? Hm. Hm. Das ist der Typ da. Das ist der Typ da. Na ja, gut. Ich würde sagen, gehen wir da mal raus. Mal gucken mal. Hä? Hä? Okay, er geht weg. Dann würde ich sagen... Dann würde ich sagen... Das ist der Typ da. Ah. Ja, das ist der Typ. Du hast keine Probleme. Wir sprechen nur. ...Wir kommen. Ich habe meine Tickets. Nein, keine Ahnung. Nein, keine Ahnung. Das ist das Boll. Jay hat nichts falsch gemacht. Geh zurück, jetzt. Ihr Viceroy ist...